in scharen strömen sie um den dax zu kaufen das wäre der wunschtraum viele anleger im moment die gesehen haben dass der dax ja tapfer das hoch dann tatsächlich gerissen hat wir haben ein neues allzeithoch aber ebenso miterleben mussten dass das offensichtlich nicht von so langer dauer ist denn was wir bis jetzt sehen nach dem ausbruch ist eher bescheiden also der markt kommt da eher deutlich nach unten und das ganze zwar nicht in panik und nicht in superhektik aber dann doch zumindest mal nicht in überzeugender manier was die bullenseite angeht das muss uns noch nicht unbedingt anfixen weil wir wenn wir ehrlich sind ja noch nicht wirklich ein beweis dafür haben dass es jetzt nach unten geht im großen stil aber zumindest mal einen zwischenzeitlichen rücksetzer den müssen wir auf jeden fall mit einplanen das ist auf jeden fall etwas was jetzt machbar ist insbesondere wenn man nach amerika guckt eben auch dort haben wir einen markt der ebenfalls nicht wirklich von stärke zeugt nämlich nach unten fallend aber das ebenfalls nicht stark also wenn man sich zum beispiel den jones mal anguckt future beispielsweise dann sieht man dass wir immer noch die schubweise auf der oberseite haben aber die abwärtsseite relativ hängend also so eine art bullenflagge wir sind halt noch relativ schwach unterwegs also nach unten aber nach unten ebenfalls nicht so wirklich mit stärke ausgeprägt sondern eben etwas vorsichtig und das ist eigentlich ein gutes zeichen dass zumindest amerika noch interesse hat die bullenseite weiter zu spielen ob das in deutschland auch so der fall ist das werden wir noch sehen müssen tatsächlich sind die widerstandszonen für den dax index bis hoch ungefähr ich sag mal 13.750 dann hätten wir erstmal wieder eine lücke bis 14.000 irgendwas also niedrigen 14.000 bereich 14.100 beispielsweise als eine möglichkeit aber der dow jones beispielsweise der hat da bis zu 30.000 noch ein bisschen was offen also wir haben dann noch ein bisschen chancen auch was das angeht so jetzt musste ich eben ein bisschen schmunzeln weil hier die leute stehen geblieben sind und ihr guckt was macht der kauz hier steht hier mitten in tokyo mitten in shimbashi während die leute hier tapfer nach hause gehen und erzählt irgendwas über die märkte tatsächlich ich hatte hier eben gerade eine verabredung wir haben über gold gesprochen gold ist tatsächlich ein interessantes thema natürlich für viele nicht nur als physisches instrument auch als trading instrument und auch als indikator für einige zumindest mal die sagen das ist doch safe haven bonus also der sichere hafen wenn nichts mehr geht dann gehe ich halt da rein offensichtlich ist das im moment nicht so wirklich der burner denn der markt ist ja nach dem letzten hoch immer noch auf der abwärtsseite wir sind noch nicht wirklich in stärke wieder da unterwegs im gegenteil jetzt so jüngst jetzt aktuell wieder nach fallenden notierungen also ich gehe davon aus dass wir da noch weiter fallende notierungen haben ein kleiner schwank nebenher wir haben hier drüber gesprochen eben gerade dass wir beim gold auch nicht ausschließen können dass noch keine garantie dass das passiert aber dass wir unter die tausender marke kommen 900 800 manche eine hat von 700 gesprochen wären denkbar ist das wirklich realistisch ich glaube als trader müssen wir uns dafür jetzt keine oder darüber keine ganz großen gedanken machen denn wir werden diese bewegungen ja alle in stückweise mitmachen können das machen wir im trade des tages oder über den service trade to go wenn sie sich gerne mal angucken können dass sie die nachrichten auch aufs handy bekommen ansonsten allerdings müssen wir tatsächlich damit rechnen dass zumindest mal ein deutlicher rücksetzer noch bevorsteht ob der da wirklich so weit reicht das ist dann noch mal abzuwarten aber zumindest mal im moment ist stärke bei gold nicht das gebot der stunde nachrichtenseitig 14 30 ezb pressebericht oder pressekonferenz lagart wird sich da äußern mal gucken was sich daraus ergibt so lange ist das nicht mehr hin wenn ich das richtig im kopf habe ja halbe stunde noch zumindest mal zu dem zeitpunkt wenn ich das hier aufnehme ich hoffe dass sie es noch vorher gesehen haben ansonsten schauen sie sich mal an was da veröffentlicht wurde es kann sein dass das für den markt noch mal eine ganz spannende situation wird so viel mehr kann man eigentlich heute gar nicht mehr sagen ich kann nur die daumen drücken für diejenigen die jetzt long gegangen sind dass das nicht jetzt in der korrektur eben lündet die etwas umfangreicher ist ansonsten die bullische seite generell gesprochen ist noch gültig auch mit diesen abwärtsbewegungen ich habe es beim blau angesprochen für den dax geht grundsätzlich das gleiche allerdings würde ich mir wünschen dass wir dann noch mal so einen zacken haben dann können wir wieder auf die long seite uns triggern lassen so in diesem sinne wünsche ich jetzt für heute erstmal alles gute ich ziehe mich jetzt zurück wir sehen uns vielleicht nachher noch im markt denn ich werde mich auch noch mal an den tisch setzen und mal schauen was da noch geht in diesem sinne alles gute und liebe grüße ja